Ich suche jemanden, einen Freund, der mir Gegenstände in Popo schieben darf, vergewaltigen darf. In Adi stellt mir gern selber Gegenstände in Popo, aber langsam wird es langweilig. Deswegen suche ich euch, die ich, der mir Gegenstände in Popo schieben darf. Also meldet euch, wenn ihr das gerne habt, gegen Adi und ich komme zu euch. Oder ihr könnt mich auch selbst besuchen, gegen Adi. Wie gesagt, meldet euch einfach hier, ich freue mich, gegen Adi. Und okay, ciao, mach dich gut.